Am 30. Oktober, ein grausliger Fund. Schnell, kommts, hab ich gefunden, ein tote Leich. Oben bei der Hütte. Zwei Tode. Die Frau ist, bevor es abstürzt, ziemlich heftig gewirkt worden. Und drei Leit, die auf unschuldig getan. Er hat kein Alibi. Waren Sie am Montag mit Ihrem Loser? Waren Sie es an mein Boot fahren? Ich hab nur noch eine günstige Gelegenheit gesucht. Haben Sie zu ermorden? Letzter Gipfel, der zweite Alterssee-Krimi. Samstag, 30. Oktober bei ServusTV. Elder Erwing heeft gegつigen die Erinnerung geboren. So nach der Sagsserie erinnert wird verstellst du Ber canceled.